Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag hören. Mein Name ist Sebastian Beug und es ist Dienstag, der 13. August. Die FDP hat zum Start dieser Woche eine Debatte ums Auto ins Rollen gebracht. In einem Fahrplan Zukunft fordert die Partei Land und EU auf, sich zum Automobil zu bekennen. Einschränkungen wie Sperrungen oder ein Tempolimit auf Autobahnen lehnen die Liberalen ab. Stattdessen soll den Kraftfahrern das Parken erleichtert werden. Möglicherweise auch mit einer Park-Flat-Rate, nach dem Vorbild des Deutschland-Tickets. Für die einen ist der FDP-Vorschlag ein Signal gegen den grünen, autofeindlichen Zeitgeist. Für die anderen ein Rückschritt zur autogerechten Stadt der Wirtschaftswunderzeit. Was es mit dem Vorstoß der FDP auf sich hat und wie realistisch die Forderung nach einer Park-Flat-Rate ist, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthias Kahrmann nach den Nachrichten. Ich bin Gisa Weber. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Perfekt fürs Freibad, für viele aber auch sehr anstrengend. Deutschland stehen ein paar heiße Tage bevor. Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Tag mit bis zu 37 Grad und warnt vor extremer Hitze. Es wird wohl der bislang heißeste Tag des Jahres werden. Gefühlt dürfte es vor allem im Südwesten noch wärmer sein. Experten raten, gut eincremen, viel trinken, wenn möglich drinnen bleiben. Teils gibt es auch tropische Nächte, die Temperaturen gehen also auch nachts nicht unter 20 Grad. Dazu kommen teils extreme Gewitter mit Starkregen, Sturm und Hagel. Die heftigen Waldbrände in Griechenland haben die Vorstädte Athens erreicht. Tausende Bewohner mehrerer Viertel sind aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die griechische Regierung hat Hilfe vom EU-Katastrophenschutz angefordert. Frankreich hat bereits knapp 200 Feuerwehrleute, Laster und einen Helikopter in das Gebiet nördlich von Athen entsandt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schrieb auf Ex, wir stehen an der Seite Griechenlands. Und auch die Türkei schickt zwei Löschflugzeuge. Der Zoo vom britischen Street-Art-Künstler Banksy in London wächst weiter. Jetzt hat er ein Nashorn auf eine Wand gemalt. Es sieht so aus, als würde es sich auf ein liegen gebliebenes Auto stützen. Zuvor gab es unter anderem schon Piranhas, Pelikane und eine Katze zu sehen. Es ist der achte Tag in Folge, dass in London ein Banksy-Bild auftaucht. Der Künstler regt mit seinen Kunstwerken immer wieder Aufsehen. Seine Werke werden für Millionen verkauft. Banksy's Identität ist immer noch geheim. Man fährt und fährt und fährt. Wie in einem Karussell um die Häuserblocks, aber alles ist besetzt. In ihrer Not begeben sich die geplagten Kraftfahrer schließlich etwas außerhalb der Legalität. Doppelparken kostet drei Mark. Das ist billiger als ein Wiederkommen am nächsten Tag, an dem es vermutlich auch nicht viel besser aussieht. So berichtete der Sender Freies Berlin über den Mangel an Parkplätzen und zwar schon 1965. Seitdem hat sich die Zahl der Autos in Deutschland mehr als verfünffacht. Von neun auf 49 Millionen. In den vergangenen Jahren war es das Ziel von Politikern, Stadtplanern und auch einigen Unternehmen, den Verkehr zumindest aus den Großstädten wieder zu verdrängen. Gefördert wurden Carsharing-Konzepte und Lastenräder, Parkplätze wurden gestrichen, das Radwegenetz vielerorts ausgebaut. Schließlich folgte das Deutschland-Ticket mit dem Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn bewegt werden sollten. Ein Beschluss des FDP-Präsidiums geht nun in die exakt entgegengesetzte Richtung. Die Liberalen fordern ein Bekenntnis zum Automobil und eine Politik für das Auto. Mein Kollege Matthias Kahrmann berichtet über Verkehrspolitik. Hallo Matthias. Hallo Sebastian. Matthias, warum kommt die FDP denn ausgerechnet jetzt in der politischen Sommerpause mit der Forderung, wieder mehr Politik für das Auto zu machen? Ich glaube oder bin mir sehr sicher, dass das was mit der derzeitigen Lage der FDP und der Ampel zu tun hat. Also die Ampel steht in den Umfragen sehr schlecht da. Besonders schlecht steht die FDP da. Und nun geht es natürlich aus deren Sicht darum, sich von der Ampel abzusetzen, ohne jetzt die Koalition aufzukündigen. Und dann hat man dabei ja doch mehrere Themen mittlerweile gefunden. Die prominenteren und, wie soll man sagen, ich sag's mal einfach so, seriöseren Themen sind zum Beispiel das Bürgergeld oder die Schuldenbremse und die Haushaltspolitik. Und jetzt wahrscheinlich vor dem Hintergrund, dass SPD und vor allem die Grünen ja in den Städten sehr stark eine Politik zur Einschränkung des Parkens zugunsten von breiteren Radwegen und größeren Wegen für Fußgänger betreiben. Eben jetzt die Haltung, weil das so viel Streit verursacht. Davon muss sich die FDP strikt abgrenzen. Und insofern erkläre ich mir das vor allem eben mit parteipolitischen Erwägungen. Gehen wir mal ins Detail. Das Papier enthält ja zum einen bestehende und bekannte Forderungen der FDP. Kein Tempolimit auf Autobahnen, Förderung von E-Fuels. Zum anderen aber auch die Idee, mehr kostenloses Parken zu ermöglichen, um zum Beispiel potenzielle Kunden wieder in Innenstädte zu locken. Und im Gespräch ist auch eine Park-Flatrate nach dem Vorbild des Deutschland-Tickets. Wie stellt sich die FDP denn das vor und wie realistisch ist das? Konkret stellen die sich vor, das jedenfalls steht im Papier, dass also bestehende Abstellmöglichkeiten für Kfz, dass die nicht verringert werden sollen. Und dass zweitens diese sogenannten Brötchentasten, also dieses kostenlose Kurzzeitparken, appellieren sie jetzt an die Kommunen, gewissermaßen überall ermöglicht werden soll. Und wo das nicht machbar ist, heißt es ein bisschen schwammig, wie ich finde, soll also darüber nachgedacht werden, dass im Grunde analog zum Deutschland-Ticket so etwas wie eine deutschlandweite Flatrate gemacht wird. Genau ausgeführt haben sie das da nicht. Aber das kann man sich ja nur so vorstellen, dass man sich zum Beispiel für 49 Euro ein Ticket, 49 Euro im Monat, ein Park-Ticket kauft, das überall in ganz Deutschland gültig ist. Sodass man also, sagen wir mal, als Bremer, wenn man in Hamburg ist, auch dort dann damit kostenlos parken kann. Das würde wahrscheinlich dazu ermutigen, häufiger in Städte zu fahren, also in Innenstädte zu fahren und zu gucken, ob man da noch einen Parkplatz kriegt, wenn dann einer noch zu kriegen ist. Ein anderer Punkt der Liberalen ist, dass Fahrradstraßen oder auch Fußgängerzonen künftig nur noch mit einem schlüssigen Gesamtkonzept eingeführt werden dürfen. Ich zitiere mal, die vollständige Sperrung von Straßen aus ideologischen Gründen sorgt nur für die Verlagerung von Verkehr und wird von uns, also den Liberalen, konsequent abgelehnt. Das liest sich ja wie eine Antwort auf Verkehrsversuche in Berlin oder in Frankfurt, die vor allem von den Grünen vorangetrieben worden sind und über die wir bei Welt schon häufiger berichtet haben, oder? Ja, eindeutig. Das ist ganz klar. Es gibt diese Streitereien in Berlin, die gibt es in Hamburg, die gibt es sehr stark in Hannover. Und da ist die Gegenposition der FDP klar, das wollen sie nicht. Was jetzt ideologische Gründe sind oder sein sollen, das ist natürlich Auslegungssache. Fakt ist der, die Ampel hat in ziemlich langem Hin und Her mit dem Bundesrat auf Druck sehr vieler Kommunen, es gibt so eine Initiative, die nennt sich Lebenswerte Städte, da sind mehr als tausend Kommunen auch mit CDU-Bürgermeistern und FDP-Ratsmehrheiten drin, auf Druck dieser Kommunen das Straßenverkehrsgesetz geändert. Das Straßenverkehrsgesetz hatte bis dahin als oberste Leitlinie, was auch immer auf Verkehrsflächen in Städten gemacht wird, es muss der Flüssigkeit des Verkehrs gerecht werden. Gerichte haben diese Flüssigkeit des Verkehrs in aller Regel als Pkw-Verkehr ausgelegt. Und jetzt ist in dem neuen Straßenverkehrsgesetz verankert, das nicht nur die Flüssigkeit des Verkehrs und die Sicherheit sowieso zu berücksichtigen ist, sondern auch berücksichtigt werden können Klimaschutz, Gesundheit, städtebauliche Entwicklung. Das gibt den Kommunen größere Freiräume, zu sagen, also hier ist aus Klimaschutzgründen, aus Gesundheitsgründen für Anwohner oder aus wegen unserer Vorstellung von städtebaulicher Entwicklung, es sinnvoll und angeraten, zum Beispiel breitere Fahrradwege zu schaffen oder Straßen in Fahrradstraßen umzuwandeln oder größere Flächen, die bisher auch von Autos genutzt werden konnten, vollständig nur noch für Fußgänger oder Fahrradfahrer vorzusehen. So und das ist jetzt seit zwei Monaten erst Gesetzeslage, größere Freiräume für die Kommunen. Und nun sagt die FDP, ja da muss aber ein schlüssiges Gesamtkonzept her und da müssen zum Beispiel alle Anwohnerbelange berücksichtigt werden, alle Belange der Gewerbebetriebe müssen, also Einzelhandelsgeschäfte müssen berücksichtigt werden. Das kann man auch so machen, bloß wird das natürlich dem Anspruch der FDP auf Bürokratieabbau nicht gerade gerecht. Denn was passiert für so ein schlüssiges Gesamtkonzept? Dann müssen Kommunen, die das wollen, ja mehr dafür dann auch die Mehrheiten, die müssen also Gutachten hier, Gutachten da, Befragung dort, Gutachten noch wieder einbauen, damit das einigermaßen gerichtsfest wird. Das heißt, eine Kommune, die das ändern will, die da mehr freigeben will für Fußgänger und für Radfahrer, müsste großen bürokratischen Aufwand treiben. Und wenn sie es nicht treibt, dann würde alles so bleiben wie bisher. Das heißt, die FDP schiebt da im Prinzip einen Riegel gegen Gesetzesmöglichkeiten vor, die sie selbst erst vor zwei Monaten mitgetragen hat und die Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP übrigens auch gelobt hat. Ein anderer Punkt auf EU-Ebene ist, dass die Liberalen sagen, die Pläne zur Stilllegung von Dieselautos müssen gestoppt werden. Da wird man ja erstmal hellhörig, gerade als Autofahrer. Worum geht es dabei? Es geht nicht um das sogenannte Verbrenner aus von 2035. Da hat die FDP ja auch noch die Position, dass auch E-Fuels zugelassen werden, sondern es geht um das Testverfahren für eine neue Schadstoffgrenze, die nennt sich Euro 6D. Da läuft jetzt gerade vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verfahren und in diesem Verfahren geht es um das Testverfahren zum Einhalten dieser Schadstoffgrenze. Da argumentiert die EU-Kommission, man wolle Testverfahren nicht nur in Testzentren machen, sondern solche Verfahren, die auch den Ausstoß unter realen Bedingungen miterfassen. Reale Bedingungen können unter anderem sein, vollbepacktes Auto bergauf. So, unter diesen Bedingungen, da kommt es natürlich dann auch immer darauf an, wie die dann gewichtet werden, da ist auch das letzte Wort nicht gesprochen, aber unter diesen erschwerten Bedingungen reißen fast alle Euro 5 Diesel, also auch neue Diesel, diesen Schadstoffgrenzwert. Und die FDP, auch Bundesverkehrsminister Wissing, befürchten, dass dann diese ganzen Dieselfahrzeuge stillgelegt werden müssten. Das ist jetzt offen, wie das ausgeht. Dann ist noch dazu offen, wie die Testverfahren dann genau gebaut werden. Jedenfalls steht als Möglichkeit im Raum, dass dann relativ viele Dieselfahrzeuge diesem Schadstoffgrenzwert nicht mehr gerecht werden und dann tatsächlich stillgelegt werden müssten. und dagegen opponiert nun Wissing im Rahmen der Bundesregierung. Das tun aber auch andere europäische Staaten. Und das wird man auch ein bisschen abwarten müssen, wie sich jetzt dann der EuGH entscheiden wird. Wie du angesprochen hast, ist da das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Der Widerstand kommt auch nicht nur aus der FDP. Abschließende Frage, Matthias. Wie fallen denn die Reaktionen auf die FDP-Vorschläge aus? Und glaubst du, es wird am Ende tatsächlich zu einem Deutschland-Parkticket, eine Art freies Parken für freie Bürger für 49 Euro kommen? Also die Reaktionen sind bei den Grünen und der SPD erwartbare Ablehnung. Interessant fand ich heute Ulrich Lange, verkehrspolitischer Sprecher und Fraktionsvize der Union im Bundestag. Der ist ein CSU-Politiker. Und der sagte, die FDP würde genauso wie die Grünen in ideologische Schützengräben reinfallen. Und das wäre genauso plump wie das, was die Grünen machen. Also fand ich jetzt mal erstaunlich, dass die, oder bemerkenswert, dass die Union davon auch nicht so viel hält. Naja, also die Frage ist natürlich zum einen, was ist machbar in Städten? Da kommt es ja auch immer, da haben die Städte einfach ganz große Spielräume. Und wenn es eine städtische Mehrheit gegen die FDP in diesem Punkt gibt, dann wird das trotzdem gemacht, wenn auch mit erschwerten Bedingungen. So eine Flatrate ist schwierig. Also natürlich kann man damit diesen ganzen Dschungel der Parkgebühren in den verschiedenen Städten ungefähr so lichten wie das Deutschland-Ticket, das bei den Tarifbestimmungen der Verkehrsverbünde gemacht hat. Der bürokratische Aufwand dürfte aber nicht geringer werden. Also man sieht bei den Verkehrsverbünden beim Deutschland-Ticket, die werden in ihren Apparaten nicht kleiner. Und es entsteht sogar eine neue Bürokratie, weil nämlich das Aufkommen des Deutschland-Tickets auf eine unfassbar komplizierte Weise jetzt zwischen den Verkehrsverbünden hin und her verteilt werden muss. Und das wäre natürlich auch bei so einer Park-Flatrate. Ich kaufe mir die in, sagen wir, einem Vorort von Bremen. Und dann fahre ich dauernd nach Hamburg und parke da rum. So, und dann werden natürlich die Hamburger sagen, dann wollen wir aber auch fast von dem Geld, was der da in dem Kauf bei Bremen dafür bezahlt hat, wo er vor Ort gar nicht viel davon hat. Also wenn ich jetzt mal 49 Euro nehme, in kleineren Städten kann ich ja das Auto sehr oft kostenlos abstellen. Und da kostet das Parken dann eine Stunde ein bis zwei Euro. Also da ist das eher eine Verteuerung mit den 49 Euro, wenn wir mal 49 Euro nehmen. Während in ganz großen Städten Hamburg, Berlin, München, da kann ich jedenfalls innerstädtisch, wenn ich nur ordentlich parke, jeden Tag mehrere Stunden kann ich natürlich ganz schön Geld sparen, weil da kostet die Stunde bis zu vier Euro. Letztlich wäre das, das muss die FDP dann aber auch ehrlicherweise sagen, wäre das im Grunde eine Ermunterung aus Ersparnisgründen oder aus Gründen, das muss sich lohnen, möglichst viel in die Innenstädte zu fahren und da möglichst viel zu parken. Und dass das Ärger macht, ist klar. Und dass das längeren Innenstadtstraßen mit vielen Radfahrern und Fußgängern jetzt auch nicht unbedingt immer gut tut, wird man wahrscheinlich schlecht abstreiten können. Matthias Kramann, vielen Dank. Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also wer Reality TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen, einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen, für all die Menschen, deren Herzen bei Reality und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt. Zum Schluss möchte ich von Ihnen wissen, was denken Sie über die Einführung einer Park-Flat-Rate? Auf Spotify können Sie einfach an unserer Umfrage teilnehmen. Damit endet, das bringt der Tag für heute, die Meldungen wurden produziert von Regiocast, Redaktionsschluss war 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen, egal ob Sie Auto oder Bus fahren, eine gute Fahrt in diesem Dienstag. Ich wünsche Ihnen, egal ob Sie Auto oder Bus fahren, eine gute Fahrt in diesem Dienstag.